Nach dem großen Tokyo Hotel Summer Camp geht es für Heidi Klums Freund Tom Kaulitz in den Urlaub. Wird es etwa ein Romantikurlaub zu zweit? Fehlanzeige! Von Zweisamkeit zwischen dem Topmodel und dem Tokyo Hotel Gitarristen ist nichts zu merken. Denn Tom nimmt seinen Zwillingsbruder Bill mit in den Liebesurlaub mit seiner Heidi. Während sich die Model-Mama mit dem Bauch auf der Luftmatratze regelt und uns ihren Hintern zeigt, liegen die Zwillinge entspannt zum Sonnenbaden auf dem Rücken. Sowohl Heidi als auch Tom und Bill wissen ihre makellosen Körper gekonnt in Szene zu setzen. Vor allem Heidi beweist wieder einmal Mut zur Textilfreiheit und zeigt sich halbnackt auf Instagram. Doch noch mehr fällt uns auf. Wieso ist Toms Bruder Bill mit im Urlaub dabei? Gibt's Heidis Liebsten etwa nur im Doppelpack?